Rabah Majer ist ein Fußballtrainer und ehemaliger algerischer Fußballspieler. Für sein Heimatland absolvierte er 87 Länderspiele und schoss dabei 40 Tore. Spielerkarriere Majer begann 1975 seine Profikarriere bei seinem Heimatverein Nahussein Day. 1979 erreichte er mit seinem Team das Endspiel um den algerischen Pokal. Im Finale gegen Yeti Ciusu konnte sich der Klub mit 2 zu 1 durchsetzen. Schon im Jahr zuvor nahm man am African Cup Winners Cup 1978 teil. Über die Teams Almadina Tripolis, Interklub Brasaville und Cardiogo Klubu Agadakau spielte sich Hussein Day bis ins Finale. Das aber nach 1 zu 3 und 1 zu 2 für Horoja Azikla verloren ging. Nach seinen guten Leistungen bei der Weltmeisterschaft 1982 weckte Majer das Interesse europäischer Vereine. So kam es 1983 zum Wechsel nach Europa, wo der Angreifer zunächst für Racing Paris spielte. Über den FC Tours kam er 1985 nach Portugal zum FC Porto. Hier reifte er endgültig zu einem der Spitzenstürmer Europas. Der Höhepunkt seiner Laufbahn war 1987, als er mit dem FC Porto den Europapokal der Landesmeister und den Weltpokal gewann. Im Wiener Praterstadion gewann er gegen den FC Bayern München das Finale um den Europapokal der Landesmeister mit 2 zu 1. Majer erzielte dabei das Dorr. Zum 1 zu 1 Ausgleich mit der Hacke aus 3 Metern Entfernung und bereitete das Sieg da mit einer Traumflanke vor. Im Weltpokal-Endspiel gegen Penarol Montevideo aus Uruguay schoss er das entscheidende Tor zum 2 zu 1. Im gleichen Jahr wurde er zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Kurz darauf stand Majer vor einem Wechsel zum FC Bayern. Nachdem der Transfer schon als sicher galt, platzte dieser im letzten Moment. So wechselte er 1988 für ein halbes Jahr zum FC Valentia, kehrte nach der Winterpause aber zum FC Porto zurück, wo er 1990 noch einmal portugiesischer Fußballmeister wurde. 1991 beendete er seine Spielerkarriere beim FC Porto. Der Stürmer Majer hatte seinen internationalen Durchbruch bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Gleich im ersten Vorrundenspiel traf Algerien auf Deutschland und schaffte die größte Sensation dieser WM. Majer erzielte das 1 zu 0 für Algerien. Das Spiel gewann Algerien mit 2 zu 1. Die Chance auf den Einzug in die zweite Runde nahm der algerischen Mannschaft der Nicht-Angriffspakt von Chiron. Zwischen Deutschland und Österreich. Um die nächste Runde zu erreichen, musste die deutsche Mannschaft unbedingt gewinnen. Während Österreich sich eine knappe Niederlage erlauben konnte. Nach dem 1 zu 0 der Deutschen in der elfte Spielminute waren beide Mannschaften eine Runde weiter. Ab dem Beginn der zweiten Halbzeit kickten sich die Spieler beider Mannschaften den Ball bis zum Spielende unmotiviert zu und Majers Mannschaft war ausgeschieden. Vier Jahre später nahm er mit Algerien an der WM 1986 in Mexiko teil, überstand die Vorrunde jedoch erneut nicht. Zum größten Erfolg im Nationaldress kam Majer 1990 bei der Afrika-Meisterschaft. Schon im Eröffnungsspiel gegen Nigeria beeindruckte das Team durch einen 5 zu 1 Erfolg. Im Finalspiel am 16. März stand die Mannschaft erneut der nigerianischen Auswahl gegenüber und setzte sich mit 1 zu 0 durch. Es war der erste und bisher einzige Gewinn des Afrika-Cups für Algerien. Majer gelangen im gesamten Turnierverlauf zwei Treffer. Zum Abschluss des Wettbewerbs wurde er zum Spieler des Turniers benannt. Ein Jahr später spielte Majer im Finale um den Afro-Agent Cup of Nations gegen das Team aus dem Iran. Nach einer 1 zu 2 Niederlage entschied das Rückspiel durch ein 1 zu 0 für Algerien. Majer war außerdem Mitglied der algerischen Auswahl, die 1980 in Moskau am Olympischen Fußballturnier teilnahm und im Viertelfinale ausschied. Trainerkarriere Als Fußballtrainer war Majer mehrfach für die algerische Fußballnationalmannschaft aktiv. 1994 sorgte er als Cheftrainer vor seinem ersten großen Turnier, der Afrika-Meisterschaft, für Schlagzeilen. Obwohl die Mannschaft die Qualifikation als Gruppenzweiter schaffte, wurde sie von der entrunden Teilnahme ausgeschlossen, da Majer einen nicht spielberechtigten Spieler auflaufen ließ. Darauf trennte er sich zum ersten Mal vom Pusten des Nationaltrainers und wurde kurzzeitig Jugendtrainer beim FC Porto. 1997 übernahm Majer beim Alles-ADD-Sportklub erstmals die Cheftrainerposition bei einem Ligaklub. Mit dem katarschen Klub Al-Wakra SC wurde er 1999 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Ligameister. Nach diesem Erfolg übernahm Majer wieder die Auswahl seines Heimatlandes. Es blieb aber bei einem kurzen Intermezzo. Erst 2001 blieb er für längere Zeit Nationaltrainer und betreute die Mannschaft bei der Afrika-Meisterschaft 2002. Dort überstand das Team zwar die Vorrunde, schied dann aber in der ersten Runde der K.O.-Phase aus, was auch Majers erneuten Abschied bedeutete. Für die Spielzeit 2005-06 heuerte er wieder in Katar an und übernahm die Geschicke bei All-Reihern-Sportklub. Dies war sein bisheriger letzter Job als Trainer. Erfolge Verein Algerischer Fußballpokal mit Nahussein Day Europapokal der Landesmeister mit FC Porto Weltpokalsieger mit FC Porto UEFA Supercup mit FC Porto Primera Liga mit FC Porto Portugiesischer Fußballpokal mit FC Porto Portugiesischer Fußballmeister mit FC Porto Portugiesischer Supercup mit FC Porto 1986-1991 Nationalmannschaft Afrika-Meisterschaft Afro-Agent Cup of Nations 1991 Individuell Afrikas Fußballer des Jahres Bester Spieler des Afrika Cup Arabiens Fußballer des 20. Jahrhunderts Algerischer Fußballer des 20. Jahrhunderts 2009 Algeriens Fußballer des Jahres Mehrfach Afrikas Fußballer des 20. Jahrhunderts Fünfte Platz Als Trainer Katar Stars League mit Al-Waqra SC 1 2 3 4 Vielen Dank.